100 Spieler, aber nur eine Person, die den Ton angibt. Hallo, hi! Denn bei Candy Sagt gebe ich alles vor. Wer aber etwas macht, ohne dass ich Candy Sagt vorweggesagt habe, wird erledigt. Wer wird es schaffen und 1000 Robux mit nach Hause nehmen? Und damit herzlich willkommen zu Candy Sagt! Und die Regeln sind denkbar einfach. Ich gebe Sachen vor, zum Beispiel sage ich Candy Sagt springen. Candy Sagt einmal springen. Und ihr seht es, alle sind fleißig am Hüpfen. Wer jetzt nicht springt, wird von mir erledigt, solange bis nur eine Person überbleibt. Wenn ich aber etwas sage, ohne vorher Candy Sagt zu sagen und die Person macht es, wird sie erledigt. Ich denke, jeder kennt das Ganze. Ansonsten bleibt bis zum Ende dran und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Let's go! Wir fangen mit etwas Einfachem an. Candy Sagt geht fünf Schritte nach vorne. So, die Leute bewegen sich, aber viele bewegen sich nicht. Und damit werden die Ersten erledigt. Ich kann mich im Grunde hier hinstellen und einfach alle, die noch an der Wand stehen, erledigen. Ja, lässt sich drüber schreiten, ob das jetzt fünf Schritte sind. Lami, Lari, Lami Fan. Aber okay, ich lasse es nochmal gut gehen. Wir sind am Anfang mal noch nicht so böse. Okay, Nummer zwei ist springen. Alles klar, da springen Leute. Ich habe nicht gesagt, Candy Sagt. Ich habe nicht gesagt, Candy Sagt. Nein. Nein. Ja, so. Ich muss kurz alle an... Äh, freezen. So. Okay. Wir haben einige erledigt. Viele sind damit noch durchgekommen. Aber glaubt mir, ich werde das alles noch sehen. Als nächstes machen wir... Candy Sagt geht zurück zur Wand. Okay, alle laufen fleißig. Ist auch richtig so. Ich habe gesagt, Candy Sagt geht zurück zur Wand. Und bup, 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 bup. Alle, die nicht gehen, werden erledigt. So, da haben wir wieder ordentlich Leute erledigt. Aber es sind immer noch so viele über. Es waren 100 Spieler. Gefühlt stehen hier immer noch 100. Okay, wen haben wir denn hier? Flauschi ist da. Mario ist da. Amira ist da. Jerry ist auch da. Das sind alles bekannte Gesichter hier. Äh, hey, warum bewegt er sich einfach? Äh, Candy Sagt stehen bleiben. Das ist nicht stehen bleiben. Der hüpft hier herum. Vorsicht. Hab ihn, hab ihn getroffen. Okay. Okay, jetzt kommen wir zum ersten Special. Denn ihr seht da vorne dieses Haus. Und die nächste Aufgabe ist, geht in das Haus. Äh, sorry, ich habe nicht gesagt, Candy Sagt. Warum gehst du denn ins Haus? Warum geht der denn ins Haus, Leute? Nicht weglaufen. So, der ist auch erledigt. Sehr gut. Wen haben wir hier noch? Oh, sind wieder ein, zwei. Ach, er hier. Tut mir leid für dich. Okay, springen. Oh, sehr. Oh, er springt, er springt. Leider bist du raus. Schade, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel erledige. Okay. Sehr gut. Er springt ja auch. Warum springt der denn hier? Hör auf zu springen. Hey, der ist unsterblich wegen seiner Aura. Robin, cheat it. Okay, ich habe ihn. Okay. Candy Sagt geht alle in das Haus hinein. Sehr fleißig laufen hier alle los. Ein paar bleiben stehen. Leute, aufstehen. Candy Sagt ins Haus. Ich werde jetzt hier an die Seite gehen und alle, die noch stehen. Okay, das haben alle verstanden. Sehr gut, sehr gut. Denn wir haben noch etwas Besonderes, nämlich hier vorne. Ihr könnt es schon sehen. Aber das kommt gleich erst. Jetzt sind hier alle im Haus drin. Sehr gut. Und alle wieder raus. Alle wieder raus aus dem Haus. Los, los, los. Rauslaufen, rauslaufen. Raus. Lauft raus aus dem Haus. Schnell. Das ist das denn. Ich habe nicht gesagt, Candy Sagt. Und ein Ehremann hat hier alle geblockt, dass sie nicht rauskommen. Er hat sie quasi... Ah, du bist rausgeflogen, leider. Timmy, Timmy, Timmy. Stehen bleiben. Und zack. Okay. Sehr, sehr gut. Candy Sagt stellt euch wieder zur Wand. Dann schauen wir mal. Es sind immer noch sehr viele übrig. Schaut mal, wie viele hier noch leben. Jo. Okay. Es sind doch schon deutlich weniger als am Anfang. Der Gewinner bekommt 1000 Robux. Also, Leute. Alle mal zu mir laufen. Zu mir laufen. Oh, okay. Candy Sagt nimmt den Ball in die Hand. Ja, sieht gut aus. Ball in die Hand. Ball in die Hand. So. Hier. Du hast leider keinen Ball in der Hand. Ja, okay. Glück gehabt. Okay. Hier hinten. Alle haben einen Ball in der Hand. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt wird es, glaube ich, spannend. Candy Sagt schafft den Parcours. Denn wenn man diesen Boden hier berührt, diese Lava hier, ist man direkt down und damit leider raus. Mal schauen, wie viele runterfallen. Der Parcours. Oh, der erste ist down. Okay. Eine Person ist raus. Zwei sind raus. Zwei sind raus. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Da hinten wird es sehr, sehr schwierig sogar. Zwei sind schon mal raus. Na los, Leute. Macht den Parcours. Oh, drei, vier, fünf. Candy Sagt stopp. Candy Sagt stehen bleiben. Äh. 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 Stehen bleiben, habe ich gesagt. Okay. Sie macht den Parcours. Dann warten wir mal auf sie. Hä? Hat sie den Parcours geschafft? Ja, sie hat ihn geschafft, aber steht da hinten noch. So. Okay. Candy Sagt weiterlaufen. Ihr dürft weiterlaufen. Candy Sagt macht den Parcours zu Ende. Es sind, glaube ich, schon genug draufgegangen. Oh. Es sind sehr viele. Oh mein Gott. Was? Was? Flauschi. Nein. Flauschi. Ach, Mann, ey. Flauschi. Das gibt's doch nicht. Nein. Noch jemand. War das Mario? War das Mario gewesen? Leute, ihr habt doch Zeit. Candy Sagt stehen bleiben. Jetzt kann ich gucken, wer jetzt hier neu rauskommt. Okay. Okay. Bisher haben das nur fünf Leute geschafft. Na gut. Fünf Leute sind erst durch. Candy Sagt weitermachen. Wer ist er denn? Der meint das ernst mit stehen bleiben. Der hat sich da rangehangen. Candy Sagt macht den Parcours jetzt zu Ende. Und Candy Sagt stellt euch an die Wand. Okay. Schade. Flauschi hat es nicht geschafft. Mario hat es geschafft. Hier ist er noch. Mario hat es geschafft. Sehr, sehr cooles Outfit erhältlich im Candy Shop. Äh, unter anderem sogar jetzt Mützen in anderen Farben. Flauschi sagt, hol Flauschi wieder rein. Na, ich glaube nicht. An die Wand solltet ihr gehen. Na, 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 na. Okay. Ist noch jemand im Parcours? Wir schauen mal. Nee. Parcours haben alle geschafft. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Es sind also nur noch 14 Personen übrig. Von 100 Spielern habt ihr es geschafft. 14 sind nur noch übrig. Deswegen ist die nächste Aufgabe einmal zu mir laufen. Kommt zu mir. Okay. Den Ball aus der Hand nehmen. Ball weg. Ah, perfekt. Jo. Okay. Candy Sagt nimmt nochmal alle den Ball in die Hand. Weil manche hatten den nicht. Alle den Ball in die Hand nehmen. Ähm, hallo. Okay, ab jetzt wird der, der es als letztes macht, ab jetzt erledigt. Ball weg. Ihr müsst schnell sein. Ball weg, schnell. Sonst seid ihr raus. Schnell den Ball weg. Ball weg machen, schnell. Candy Sagt einmal springen. Oh. Oh. Hier, ihr beiden seid noch nicht gesprungen. Dauert leider zu lange. Candy Sagt Ball weg. Ja, wer macht ihn zuletzt weg? Schade, leider du. Äh, Candy Sagt Ball wieder hin. Sehr gut. Äh. Ah. Ball weg. Okay, Candy Sagt Ball weg. Oh. Schade. Candy Sagt Ball hin. Ja, okay, konnte ich nicht sehen. Okay. Einmal alle zu mir ins Haus kommen. Wir machen hier weiter. Okay, Ball weg. Ihr müsst den Ball weg machen für die nächste Aufgabe. Hahaha. Okay, und einmal hüpfen. Candy Sagt einmal springen. Candy Sagt Ball weg. Was ist denn? Sie ist nicht mal gesprungen. Replay. Replay? Ne. Sie ist nicht mal gehüpft. Im Replay wurde entschieden. Leider bist du raus, denn du bist nicht mal gesprungen. Candy Sagt Ball in die Hand. Candy Sagt alle ins Haus kommen. Kommt mal alle hier rein. Wir machen eine kleine Roomtour. Das ist mein neues Haus, nämlich. Candy Sagt Stopp. Okay, weiter. Jerry, Jerry ist weiter gelaufen. Tut mir leid. Oh Mann, ey. Okay, einmal springen. Ey, Leute, ihr seid die Top 5. Nur noch... Zwei, vier... Ihr seid die Top 6. Nur noch sechs Leute sind da. Ihr müsst euch jetzt ehrlich anstrengen. Und sofort, wenn ich was sage, müsst ihr das sofort machen. Weil ansonsten seid ihr als Letztes und dann seid ihr raus. Deswegen einmal springen. Candy Sagt weiter ins Haus rein. Es macht ja ehrlich Spaß. Ich glaube, ich mache das öfter. Okay, das ist sehr dunkel hier, finde ich. Deswegen, wir gehen wieder raus. Alle raus. Ihr seid gut. Ihr seid ehrlich gut. Okay, Candy Sagt nimmt den Ball aus der Hand. Ja, du warst leider als Letztes. Ihr müsst das schnell machen. Einmal hier durchs Fenster mit rauskommen. Candy Sagt bewegt euch. Candy Sagt bewegt euch weiter. Na, Candy Sagt Stopp. Und weiter. Ja! Ey, das macht voll Spaß. Okay. Vier Spieler sind noch drin. Einer von euch nimmt 1000 Robux mit nach Hause. Deswegen, lasst uns zurück zur Wand gehen. Kommt mit zur Wand. Candy Sagt, kommt mit zur Wand. Krass. Ey, ihr seid voll gut. Hä? Ich wäre schon 100 Mal raus. Und wenn ich das wieder sehe, dass die üblichen Verdächtigen mal wieder unter den Top 4 sind. Mayo und Amira sind wieder wirklich sehr weit vorne mit dabei. Mayo ist, glaube ich, zweiter Platz geworden im letzten. Dritter Platz geworden. Und Amira sogar erster Platz. Okay, okay, okay. Ähm, einmal springen. Oh, ihr seid ehrlich gut. Ihr seid ehrlich gut. Was? Okay, okay, okay. Leute, wenn ihr mal bei Candy Sagt dabei sein wollt, lasst mir jetzt ein Abo da und seid in meinen Livestreams mit dabei. Ich bin fast jeden Tag live auf YouTube. Und ja, checkt mein Instagram. Da kündige ich das auch immer an. Äh, ihr könnt jetzt einmal einen Schritt nach vorne gehen. Von der Wand nehme ich einmal weg. Candy Sagt, fünf Schritte nach vorne gehen. Ja, macht das ehrlich gut, muss man ehrlich sagen. Das waren jetzt mehr als fünf, aber ist okay. Ähm, okay, okay, okay. Candy Sagt, dreht euch einmal im Kreis. Candy Sagt, Ball in die Hand. Okay. Candy Sagt, springen. Ball weg. Ja! Ihr schreit schon bei. Okay, wir machen jetzt richtig schnell. Ball weg. Candy Sagt, Ball weg. Ball in die Hand. Ja! Was? Ihr seid voll gut. Okay. Candy Sagt, Ball in die Hand. Candy Sagt, springen. Candy Sagt, komm zu mir. Okay, geht wieder weg. Candy Sagt, weg. An die Wand wieder. Springen. Boah, das ist, das ist wirklich heftig. Ihr seid wirklich gut. Candy Sagt, springen. Ball aus der Hand. Okay, jetzt gibt's ein Kombo. Jetzt gibt's ein Kombo, wenn ihr das schafft. Ich höre jetzt erst auf, wenn einer raus ist. Erst dann höre ich auf. Candy Sagt, Ball weg. Candy Sagt, springen. Candy Sagt, Ball in die Hand. Candy Sagt, springen. Ball weg. Candy Sagt, komm zu mir. Candy Sagt, zurück an die Wand. Ball weg. Boah, was? Wie gut seid ihr? Was? Hey, man kann euch nicht knacken. Wirklich, ihr seid zu gut. Okay, okay, okay. Mayo. Einmal zu mir laufen. Okay. Den Parcours will ich nicht nochmal machen. Ich denke, einmal ist schon fair. Okay. Candy Sagt, lauf zu mir. Und Stopp. Mayo, warum bleibst du stehen? Mayo, ich hab ja gar nicht gesagt. Candy Sagt. Bam. Oh, schade, 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 schade. Ui, 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 ui. Okay, wir haben noch zwei Spieler. Wer jetzt rausfliegt, verliert 1000 Robux. Und die andere Person gewinnt. Candy Sagt, lauft im Kreis. Äh, springen. Ho, 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 ho. Stopp. Oh. Cutter hat abgelenkt. Oha. Candy Sagt, springen. Candy Sagt, geht an die Wand. Candy Sagt, aufhören zu springen. Candy Sagt, Ball weg. Springen. Oh, ich dachte, das habe ich jemanden. Okay. Ball in die Hand. Candy Sagt, springen. Candy Sagt, aufhören. Candy Sagt, zweimal springen. Ball in die Hand. Candy Sagt, Ball in die Hand. Boah. Äh, Candy Sagt, wir gehen ins Haus. Okay. Obwohl, Candy Sagt, stopp. Ah ne, egal, egal. Weiter. Oh, was? Hä? Was? Was? Okay, einmal springen. Oh, Mann, ey. Jetzt springt. Candy Sagt, geht zurück zur Wand. Das gibt es echt nicht. Spring. Da. Candy Sagt, dreht euch im Kreis. Ja, so drehen. Genau, perfekt. Äh, boah, das gibt es nicht. Das ist ehrlich schwer. Stopp. Aufhören. Okay, reicht. Candy Sagt, aufhören. Ey, das ist zu krass, wirklich. Ich kann das nicht. Springt einmal. Candy Sagt, springt zweimal. Candy Sagt, kommt zu mir. Candy Sagt, zurück an die Wand. Candy Sagt, Ball aus der Hand. Candy Sagt, Ball in die Hand. Ball weg. Oh, Mann. Bad Flit. Mein Kumpel kann einfach Bad Flit. Candy Sagt, kommt mit. Hier zum Parcours. Ja. Hier an die Wand stellen. Boah, 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 boah. Das gibt es doch nicht. Candy springen. Candy springen. Mach schnell hintereinander. Okay, komm, ich mache jetzt eine komplette Kombo, bis es vorbei ist. Candy Sagt, kommt hier an die Wand. Candy Sagt, dabei springen. Candy Sagt, dabei den Ball aus der Hand rausnehmen. Candy Sagt, stehen bleiben. Candy Sagt, bleibt an der Wand stehen. Candy Sagt, Ball in die Hand. Candy Sagt, einmal springen. Candy Sagt, stehen bleiben. Einmal springen. Boah. Candy Sagt, einmal springen. Ball weg. Ball weg. Mach Ball weg. Schneller. Ich kann nicht schneller. Candy Sagt, Ball weg. Candy Sagt, Ball wieder hin. Hä? Leute? Candy Sagt, Ball weg. Candy Sagt, Ball wieder hin. Weiß ich jetzt nicht, Leute. Das war wegen iPad. Candy schneller. Ich kann nicht schneller. Okay. Candy Sagt, lauf zu mir. Candy Sagt, zurück zur Wand. Candy Sagt, einmal springen. Candy Sagt, Ball weg. Einmal zu mir laufen. Candy Sagt, Ball weg. Der. Ja. Damit hat Ivo gewonnen. Und bekommt 1000 Robux. Es war sehr spannend. Bis zum Ende hin. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Das war's gewesen. Ciao mit out. Ciao. Ciao.